Na ihr Süßen, ich wollte mal Danke sagen, denn letzte Woche hat mein Kanal knapp 700% besser performt als die Woche davor. Ich weiß, viele Interviews kommen durch die YouTube Shorts Funktion, trotzdem freut es mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe das erste Mal seit 2016 wieder Abonnenten dazu bekommen, statt welche zu verlieren, super wild. Ich uploade jetzt seit November wieder regelmäßig, montags und donnerstags und ich habe Bock, den Kanal hier wieder zum Leben zu erwecken. Wenn ihr den Content feiert, bleibt dran, teilt einfach mal ein Video und lasst mir ein Like da. Ich finde, 100 Likes pro Video sollte unser erstes Ziel sein, jedes Mal, wenn ihr also ein Video anklickt und es hat noch keine 100 Likes, einmal draufklicken. Letzte Info, ich ändere nochmal einiges an der Kanalmitgliedschaft, alles dazu steht im angepinnenen Kommentar. Jetzt kommt AP Viego, der W-Spell skaliert 100% mit AP, ihr wisst also, ich musste es testen. Viel Spaß. Ich will nicht overconfident sein, aber ich starte mit Daxil. Ich will nicht overconfident sein, aber... Aber unser Jungler hat Exhorst? Hm. Naja, aber ich meine, unser Cain-Jungle hat kein Smite, die Gegner haben Luxe-Jungle, das passt schon so alles. Folgendes ist wichtig mit Viego. Also, es skaliert damage-mäßig quasi nur mein W-Spell, aber der mit 100%. Und der Schaden ist immer gleich mit dem W, also ich muss den W nicht aufladen, um vollen Schaden zu machen, was ganz lustig ist. Also, wenn du irgendwie schaffst, jemanden zu stunnen, dann seh ich mich da auch direkt. Da! Da ist deine Gage! Ist gut. Kann grad nicht. Okay, ich versuch's in 5 Minuten nochmal. Oh, was? Reingeht's! Ich bin Level 2, nach 3 Camps. Ah! Passt, du musst den Rest machen. Luxe ist irgendwo in unserer Bot-Seite-Jungle. Ich hab leider keinen Heal. Hab ich gemerkt. Der Jungler kommt vorbei und Exhaustet, das ist so dumm. Oh, was? Auf geht's! Sie hat uns aus-outplayed. Ne, ich hab voll für Schaden gemacht. Ah! Lock den Q! Oh, good job! Ich muss weg. Hi, Lux! Ja, okay, die Lux-Inted halt wirklich. Naja, ich nehm das Gold, ne? Jo. Und den Stacks! Und ich bin Lux! Das war... Unerwartet für euch! Hab verfehlt. Du hast Mobis! Ich seh mich da immer noch. Alter, du hattest... Okay, gut, dann geh ich mal kurz. Ich wollte dich grad loben, weil du mit 3 HP nicht deine Ulti benutzt hast. Und dann machst du sie random und die hittet dich auch noch. Wenn du kurz chillst, dann komm ich dazu. Man kann ohne Smite echt gar nix machen, ey. Du hast einfach das gleiche Level wie die Lux, die 0, 7 einfach nur noch runterrennt. Wir haben jetzt einen Vorteil, Paso. An AP Viego. Wenn wir jetzt jemanden töten, dann bin ich nicht mehr AP Viego. Dann bin ich der Champ. Der Kater kommt runter. Okay, das war mein ganzer Schaden. Ah! Ah! Ja! Und, zack! Und jetzt bin ich Nico. Jetzt bin ich vielleicht nicht mehr seriöseles. Oh! Oh mein Gott! Jetzt bin ich Ezreal. Ezreal macht voll viel Damage, ey. Oh, jetzt mach ich wieder keinen Schaden. Oh, ja AP. Ich will nicht sagen, dass Viego verbuggt ist, aber ich hab jetzt keine Stacks mehr auf Darkseal. Guti, äh... Magis kann ich nicht empfehlen. Das ist geil, Alter. Ich mach nur... Ich drück nur E und sie rennen sofort weg. Warte, will die sehen, dass wir nicht jetzt Q? Haben sie nicht gesehen, oder? Haben sie nicht gesehen. Oh! Das kommt... Keine Ahnung, wie ihr das geahnt habt. Ich wissen doch, dass du da bist. Ja, keine Ahnung, wie wir das geahnt haben. Da bist du reingeholt. Oh! Ich bin mir sicher gewesen, ich hab Ulti. Ich hab das noch, ich hab das noch. Ja, ich seh dich da. Komm! Nein! Ich konnte es nicht mehr einsammeln. Ich bin sicherlich super. Der spielt ernst, der spielt ernst. Ja, die Botline macht... Die Botline macht Serious, Leute. Da müsst ihr aufpassen. Oh, die macht halt echt Serious. Was? Die wird schon sehen, was sie davon hat. Was? Sie ist gedodged. Ich bin Cutter. Oh. Wie funktioniert Cutter? Ah! Ich... Leben hat er. Tausend Gold? Jetzt bin ich S-Real. Den kann ich. Aber ich hab keine Range. Ah! Dammit! Oh, nein. Hier ist ja was. Oh, hier ist auch was. Ich hab... Ich hab... Was hab ich gemacht? Ich hab noch keine Ulti. Lol! Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin raus. Turm? Neh, mich. So. Kein Ding. Ah, gefunden. Oh, lol. Das war mein Damage. Ich hab sie. Das war mein Damage. Ich hab sie. Warte, ich mach die. Das war mein einziger Damage. Sie ist einfach rübergesprungen. Das war meine einzige Ulti. Nice! Das, das war mein Damage. Mehr hab ich nicht. Oh Gott, da sind alle. Jetzt wird's spannend. Wir müssen, wir brauchen hier irgendwie die Gebüsche oder die Raucherecke. Irgendwas, womit wir spielen können. Wir sehen uns da noch. Mach mich schnell. Kann mir jemand beim Drachen helfen, ich schaff den alleine nicht. Ich muss den Chang, weil du kannst was. Nein, kann ich nicht. Aber ich vertraue dir. Oh. Irgendwie hat der Ezreal dich da überrascht. Okay. Oh Gott! Oh ja. Oh. Oh ja. Oh ja, ich bin noch gesto- ach ne, ich bin, oh, ich bin Cutter. Das ist doch verwirrend. Ich bin Ezreal. Achso, das ist wieder die Tor- naja, whatever. Das war die Luchs. Ich sollte nicht, ich sollte nicht, äh, die Form von Luchs übernehmen hierher. Ihre Items sind irgendwie... Oh. Oh, good job. Das ist doch... Imagine, du nimmst einfach ein 30-0i raus. Ja, dann bist du 30-0i. Aber ohne Ulti. 30-1. Aha. Oh, sie haben aufgegeben. Aber das verstehe ich, AP-Vego ist halt ziemlich strong. Kapper, kapper, kapper. Ey Leute, ich habe euch alle outdamaged. Ich meine, gut, der Ezreal hat 37.000 gemacht. Aber okay. Ich habe sogar mehr Magic-Damage als physical gemacht. Hehehehe.